Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es einen Rinderschmorbraten mit einer leckeren Rotweinsoße und Birnen aus dem Backofen. Anstelle von Öl lasse ich etwas fetten Speck aus und brate den Rinderschmorbraten darin an, das schmeckt wesentlich aromatischer. Dazu schneide ich ungefähr 100 Gramm fetten Speck in Würfel und gebe die Schwarte auch mit dazu. Jetzt bereite ich die Zutaten für die Soße zu. Dazu schneide ich zwei bis drei Möhren und eine Petersilienwurzel in grobe Würfel. Eine mittelgroße Zwiebel schneide ich in feinere Würfel und hacke zwei Knoblauchzehen. Wenn du keine neuen Rezepte verpassen möchtest, abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Ich habe hier ein Stück Rinderbraten aus der Schulter, das wiegt etwas mehr als ein Kilogramm. Der Rinderbraten wird jetzt erst einmal rundherum mit Pfeffer und Salz gewürzt. Ich nehme hier bunten Pfeffer. Jetzt wird der Rinderbraten rundherum großzügig mit Senf eingestrichen. Ich habe hier einen mittelscharfen Senf, du kannst aber auch scharfen Senf nehmen, der verliert beim Garen seine Schärfe. Der Braten kann ruhig richtig schön dick eingestrichen werden. Jetzt wird der fette Speck ausgelassen. Ich gebe die Schwarte gleich mit in den Topf. Wenn der Speck richtig ausgelassen ist, schiebe ich ihn an die Seite und brate den Rinderbraten richtig kräftig von allen Seiten an. Der kann ruhig richtig schön dunkel werden. Das sind Röstaromen, die schmecken hinterher in der Soße richtig toll. Wenn er rundherum richtig schön angebraten ist, nehme ich ihn aus dem Schmortopf und gebe die Petersilienwurzel und die Möhren zusammen mit einem Esslöffel Tomatenmark in das Bratenfett. Alles zusammen kurz anrüsten und dann lösche ich es mit Rotwein ab. Ich gebe erst einmal einen Viertelliter immer schlückchenweise dazu und lasse ihn komplett einreduzieren. Jetzt gebe ich einen weiteren Viertelliter Rotwein dazu und lasse ihn wieder zur Hälfte einreduzieren. Dann gebe ich die Zwiebeln und den Knoblauch mit in den Topf. Alles jetzt ein paar Minuten vor sich hin schmorgeln lassen. Dann gebe ich einen gehäuften Teelöffel Zucker dazu. Alles noch ein wenig weiter schmoren, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Jetzt ist es Zeit, den Ofen auf 160 Grad Ober-Unterhitze vorzuheizen. Ich habe noch 100 von 600 Milliliter Rotwein über, die ich dazu gebe und lege einen zwei Großmariner rein. Vier Körner Piment. Einen Teelöffel Balsamico Essig. Einen Teelöffel Thymian. Ich habe derzeit keinen frischen im Garten, deshalb nehme ich hier getrockneten. Jetzt fehlen noch zwei Esslöffel dunkle Sojasauce, zwei Lorbeerblätter. Und wenn du einen Braten zu Weihnachten machst, könntest du hier jetzt noch zum Beispiel Sternanis, Lebkuchengewürz, etwas Zimt zugeben. Das gibt der Soße dann noch eine tolle Note. Ich habe einen halben Liter Rinderbrühe aufgekocht und gieße diese nun an. Jetzt alles noch einmal aufkochen und dann den Braten auf die Soße setzen. Einen Deckel aufsetzen und dann geht der Braten für drei Stunden bei 160 Grad Ober- und Unterhitze in den Backofen. Der Braten wird jede Stunde einmal gewendet und nachdem ich ihn das zweite Mal gewendet habe, gebe ich zwei Birnen, die ich geschält und geviertelt habe, für die letzte Stunde mit in die Soße. Nach Ablauf der drei Stunden ist der Braten butterweich und zart. Ich gebe ihn jetzt noch einmal in den ausgeschalteten Backofen zum Ruhen, bis die Soße fertig ist. Die Birnen nehme ich heraus und stelle sie für später an die Seite und die restliche Soße gieße ich durch ein Sieb in einen Topf. Die Zutaten schreibe ich dir wie immer in die Videobeschreibung. Das Gemüse noch einmal gut ausdrücken und dann die Soße aufkochen. Während ich die Soße jetzt einige Minuten einreduzieren lasse, gebe ich die Birnen wieder mit dazu. Die können dann richtig schön weich kochen, bis die Soße ihre gewünschte Konsistenz erreicht hat. Die Birnen geben auch noch etwas mehr Geschmack an die Soße, als sie ohnehin schon hat. Jetzt wird die Soße noch abgeschmeckt. Ich gebe noch drei Teelöffel Mirabellen-Marmelade dazu und würze mit etwas Pfeffer und Salz nach. Wenn du nicht so lange warten möchtest, bis die Soße einreduziert ist, kannst du sie auch mit etwas Stärke abbinden. Wir hatten Salzkartoffeln dazu. Guten Appetit!